Biathlon ist im Allgemeinen als Wintersportart bekannt. Es gibt allerdings eine Sommerversion, bei der das Langlaufen durch einen Geländelauf ersetzt wird. Der Salzburger Landesskiverband veranstaltet einen Cup mit vier Bewerben. Einer davon wird in Alpenmarkt ausgetragen, durchgeführt vom USC Alpenmarkt Zauchensee. Wir sind ja eigentlich vom Langlaufverein, aber wir machen im Sommer den Sommerbiathlon Cup dazu, dass wir eben auch Rennen haben und auch, weil es auch Spaß im Sommer ist zum Trainieren. Es ist ja das in Alpenmarkt nicht eine einzelne Veranstaltung, da sind noch mehrere so Bewerbe. Genau, da gibt es einen Cup, da sind vier Rennen dabei und die anderen drei Rennen, also eines war schon in den Zweifeln, nächste Woche ist das nächste in Kuchl und dann gibt es noch eines im Herbst, den Mariaalm. Rund 145 Mädchen und Burschen gehen an den Start, von den Jahrgängen 2006 bis 2016. Die Länge des Laufes ist je nach Jahrgang unterschiedlich, sie geht von einem Kilometer über zwei bis 4,6 Kilometer und das ist herausfordernd. Also beim Laufen ist mir relativ gut gegangen. Die Strecke ist sehr anspruchsvoll, weil es sehr viel bergauf geht und es war sehr warm und beim Schießen ist mir auch sehr gut gegangen. Ich habe keinen Fehler geschossen und die Strecke ist halt ein bisschen bergauflastig und bergab geht es halt ziemlich viel, das heißt man muss es gut einteilen. Also es ist mir eigentlich gut gegangen und in der zweiten Runde bin ich dann schon eingegangen, weil bergauf laufen ist es nie zu mal stärker. Und beim Schießen? Da ist mir super gegangen, weil da habe ich einen Nuller geschossen. Ja schon gut, ich habe vier überholt und habe alle fünf Lächer getroffen, also eigentlich schon ganz gut. Ja, geht. Also nicht gar so zufrieden? Nein. Warum? Was ist passiert? Ja, ich habe mich nicht alle getroffen und ich habe jetzt nicht so viel überholt. Eher mich haben es überholt. Ja. Mir ist es gut gegangen, ich habe zwei überholt, aber ich habe drei Fehler gehabt. Hast du drei Stunden auch von unten laufen müssen? Ja. Also es hat gut getan, ich habe einen Nuller geschossen, aber die Wetterbedingungen waren schon ein bisschen heiß. Ja, mir ist es gut gegangen, ein bisschen zu hoch war es halt schon und beim Schießen habe ich auch einen Nuller geschossen. Es waren sehr schwierige Bedingungen heute, weil es zu Hause war, aber sonst alles in allem ganz gut. Was ist dir heute leichter gefallen? Ist das Laufen oder das Schießen? Ja, eindeutig das Schießen, das habe ich von klein auf immer schon ein bisschen besser gefunden. Und ja, das Laufen ist mir ein bisschen schwerer gefallen. Doch es sind auch etwas Ältere am Start. Also meine Leistung habe ich das mal wirklich gut gebracht. Vor allem wichtig war nicht gar nicht so der Lauf, sondern das Schießen, das ist ja beim Sommerbierdler immer das Kriterium. Mein Wunsch war da, null Fehler zu schießen, das habe ich dieses Jahr auch schaffen können. Und ansonsten ist natürlich wichtig, eine schöne Veranstaltung, unfallfrei und mit viel Gaudi und Teamgeist. Für das, dass ich eigentlich kein Läufer bin, das halt mitmachen wegen den Kindern, ist mir eigentlich relativ gut gegangen. Die zweite Runde war halt in der Steigung zart. Aber auf der Grad nahe ich mich dann wieder der Fang. Und es macht den Kindern auch mal Spaß, wenn sie den Papa anfeiern dürfen und nicht umgekehrt. Ich habe heute Seitenstechen gehabt voll und deswegen bin ich in der zweiten Runde ein bisschen gegangen. Aber er muss ja selber anlaufen und er muss sich selber auch anstrengen und schauen, dass er etwas wird. Die Siegesfeier findet in der nahegelegenen Altenmarkt der Festheile statt. Der Sommerbiathlon in Altenmarkt verabschiedet sich. Bis nächstes Jahr. Der Sommerbiathlon in Altenmarkt verabschiedet sich. Der Sommerbiathlon in Altenmarkt verabschiedet sich. Vielen Dank.